In diesem Video wollen wir dir drei Tipps an die Hand geben, wie du im Handwerk Azubis finden kannst. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zum Video. Mein Name ist Alex, Marvin auch wieder am Start. Hallo. Und wir haben heute ein Thema mitgebracht, was ein sehr leidiges Thema für viele ist, nämlich Azubis finden im Handwerk. Warum ist das wichtig? Ja, es ist ganz einfach. Damit sich das Handwerk am Ende wieder für euch alle lohnt, brauchen wir einfach auch neue Leute und mehr Leute, damit die Leute, die jetzt nicht im Handwerk sind und auch gerne sind, sich kaputt erweiten müssen. Ja. Und das geht dann nur durch Azubis. Also Mitarbeiter jetzt zu finden, einen fertigen Mitarbeiter, erhöht die Anzahl der Mitarbeiter ja nicht im Handwerk, sondern sorgt nur dafür, dass du halt einen mehr hast. Wenn wir aber einen Azubi finden, der ausgebildet wird, dann haben wir sogar einen mehr im Handwerk. Und das wollen wir eigentlich. Richtig. Genau. Und wir haben heute mal für dich so drei Top-Tipps mitgebracht, wie du Azubis finden kannst. Das haben wir natürlich aus der ganzen Erfahrung mit unseren mittlerweile über tausend Partnern rausgefunden, oder etliche Azubis auch gefunden haben, und haben wir geschaut, was kann man eigentlich so machen. Also das Erste, was mal ganz wichtig ist, um Azubis zu finden, ist überhaupt mal zu überlegen, okay, wo halten sich die Leute auf, wie kann ich präsent sein. Und wir haben jetzt einen etwas Oldschool-Tipp als erstes, der aber sehr gut funktioniert. Tatsächlich mal zu sagen, es gibt oftmals in der Region so kleinere Jobmessen, da kostet es auch nicht viel Geld hinzugehen, das kostet dann mal 1.000 oder 2.000 Euro. Und tatsächlich mal auf so eine Jobmesse als Betrieb zu gehen, einfach mal zu zeigen, hey, es gibt uns, damit wirst du jetzt keine Fachkräfte finden, aber für Azubis ist sowas genial. Gerade die Leute, die unsicher sind, was sie machen wollen und so, da kannst du dich schon mal begeistern und auch erzählen, was ihr so macht. Die wissen das ja oftmals gar nicht, haben gar keine Idee. Und gerade auch in dem Alter, da ist man auch offen für Input, die Leute, die dann da hinkommen, wenn du dann vielleicht coole Storys von deinem Betrieb erzählen kannst, was ihr so macht, was ihr vielleicht in der Region auch schon gemacht habt, dann ist das natürlich super interessant. Ja, dann ist, also, was da übrigens ein schöner Tipp ist, was man machen kann, was wir jetzt bei einer Jobmesse auch gemacht haben als A&M, ist einfach Glücksrad mitzunehmen. Glücksrad, wo jeder drehen kann, egal wer dreht, der gewinnt. Maximal 20 Euro Amazon-Gutschein, hat uns am Tag dann von mir aus mal 600 Euro einen Amazon-Gutschein gekostet. Ist jetzt aber nicht die Welt verglichen mit der Reichweite, die wir dadurch bekommen haben. Aber du bist der King auf der Messe. Du bist der King, die waren alle bei uns am Stand. Das war schon ziemlich cool. Also sowas kann man auf jeden Fall empfehlen. Thema zwei, und das ist einfach eine Tendenz nutzen, die im Handwerk sehr stark vertreten ist, nämlich das Thema, dass die Azubis so ein bisschen runtergeputzt werden immer. Das sind immer die, ja, hier, komm, mach mal, mach mal. Dass wir ein Hiwi das machen so ungefähr, dass wir ein Azubi das machen. Das sind genau diese Themen, die halt passieren. Und wenn du es schaffst, deinen Betrieb so aufzustellen, dass die Azubis von Anfang an eine gewisse Wertschätzung bekommen, das heißt nicht, dass sie die ganzen Kack-Aufgaben nicht auch machen. Aber wenn sie eine gewisse Wertschätzung dabei bekommen, also dass man nicht sagt, ja, mach mal hier jetzt das Ding, wo du sagst, hey, hast du nachher noch Zeit, das Lager kurz zu putzen? Das wäre super, würde mir mega helfen. Das ist eine ganz andere Kommunikation. Und das Ding ist ja, Leute, die jetzt bei dir Azubis sind, kennen garantiert auch andere, die potenziell bei dir Azubi sein könnten. Und einfach mal intern eine wertschätzende, gute Kommunikation zu haben. Ja, ich weiß, bei dir war es früher anders. Die müssen jetzt auch durch die Schule, nehmen sie nicht, weil sonst hast du morgen keine mehr durch die Schule müssen. Also, wenn du denkst, bei dir war das auch genauso, löse dich von den Gedanken. Heute sind andere Zeiten, wir haben andere Bedingungen und dann sollte man noch anders mit den Leuten umgehen. Hätte man damals schon machen sollen, aber gut, ist halt vorbei. Ja, und der dritte Punkt ist das Thema auch Präsenz in den sozialen Medien, weil einfach die Azubis, die sind natürlich jetzt nicht am Fernsehschauen oder am Zeitungen lesen. Radio hören. Sondern, wo sind die? Die sind auf Instagram, TikTok, Snapchat etc. Und wenn du die attraktiv machen willst für deinen Betrieb, dann solltest du da auch in irgendeiner Form aktiv sein oder eine Rolle spielen. Wenn du da selber keinen Bock drauf hast, dann frag vielleicht mal bei dir im Betrieb, ob es da jemanden gibt, der da vielleicht mal was Lust hat auszuprobieren oder sich da Lust hat, damit zu beschäftigen. Ich habe das schon mal erzählt, ich war letztens auf einer Veranstaltung von uns, habe da mit einem Partner von uns gesprochen, weil mir das aufgefallen ist, dass er da einen sehr guten Job macht. Der macht nämlich nichts anderes, als einfach jeden Tag irgendwie sein Handy mitzunehmen und zu sagen, so, heute gehen wir mal auf die Baustelle, heute sind wir mal da, heute machen wir dies und jenes. Dann habe ich den gefragt, wie war das am Anfang für dich? Fiel dir das super leicht oder wie war das für dich? Und dann meinte er, nee, natürlich war das eine Überwindung am Anfang, aber jetzt, ich kriege ohne Ende Azubi-Bewerbung. Ich kriege hier so viele Zuschriften, ey, das ist mega cool, was ihr macht und so weiter. Dann meinte ich, ja, aber wie hast du dich überwunden, das zu machen? Ja, ich habe einfach mal probiert, die ersten Sachen, die waren auch irgendwie scheiße und die waren auch irgendwie nicht geil. Dann habe ich ein paar Mal rumprobiert und dann irgendwann habe ich mich getraut, das erste Mal hochzuladen. Ja, und seitdem hat er das regelmäßig gemacht und der hat so ohne Ende viele Azubi-Zuschriften und Leute, Väter, Mütter, die das sehen, Leute, also Azubis, die das selber auf Social Media dann sehen und die dann einfach Bock haben, da zu arbeiten, weil der zeigt einfach transparent, wie es da ist zu arbeiten. Das ist genau der Punkt, das wissen nämlich viele Azubis gar nicht. Die haben überhaupt keine Ahnung, wie das eigentlich aussieht, der Beruf. Und wenn du das wirklich mal transparent machst, das ist halt geil. Ja, heute sind wir mal da, heute bauen wir mal das hier an, jetzt fahren wir gerade dahin, ist eine längere Strecke, aber wir haben Spaß hier und so. Und ja, das ist halt einfach geil und wie gesagt, das ist nicht so, dass du dein Handy nimmst und dann ist es perfekt von Anfang an und du kannst es sofort posten und es gewinnt Preise für die beste Produktion. Nein, das soll es auch gar nicht. Taste dich da einfach mal ran, wenn du da selber Berührungsängste hast, dann frag vielleicht mal jemanden. Vielleicht hast du gerade einen Azubi, eine Azubine, die damit schon ein bisschen affin ist, die sich vielleicht ein bisschen auskennt, die vielleicht mal gucken kann, was machen andere in anderen Regionen, vielleicht andere Handwerksbetriebe, die kann dann mal recherchieren oder du kannst auch mal selber gucken, was machen andere eigentlich so. Und dann gucken, traue ich mir selber mal sowas zu. Es geht ja nicht darum, irgendwie zu posten, das hier, das ist mein Essen heute und so. Juckt niemand. Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, transparent zu machen. Wie fühlt es sich an, bei euch zu arbeiten? Wie seid ihr so drauf? Wie läuft der Tag? Kann ich mich da wohlfühlen? Kann ich mir das vorstellen, da zu arbeiten? Werde ich da runter gemacht? Oder sind die eigentlich alle ganz nett? Wie ist das Team auch drauf? Genau. Wie sehen die Kollegen aus? Genau. Und dann wird das von alleine kommen. Ja. Also eine richtige Fachkraft zu finden, ist nochmal was anderes. Da brauchst du nochmal ein bisschen mehr. Aber Azubi zu gewinnen oder Azubis zu gewinnen, das ist eine super Waffe, wenn du Social Media machst. Ja. Ja, ich denke, da waren jetzt einige Sachen für dich dabei. Dann würde ich sagen, lass uns gemeinsam schauen, dass wir mehr Leute ins Handwerk bekommen, damit sich für alle das Handwerk am Ende wieder lohnt. Und dann bis zum nächsten Video. Wir haben dann hier auch nochmal verlinkt, wie man als Handwerker Social Media Werbung auch machen kann. Viel Spaß dabei. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.